Hallo liebe Hundebesitzer bzw. Welpenkäufer, heute möchte ich euch mein Aufbauspezial erklären. Und zwar ist das speziell für Welpen, um denen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Das ist eine reine Algenmischung, also es besteht aus verschiedenen Algen. Das kann man natürlich auch geben, wenn eure erwachsenen Hunde oder auch ältere Hunde eine Therapie beim Tierarzt haben als Zusatz- und unterstützendes Mittel. Das gibt man einfach mit ins Futter mit ein. Das ist wie so ein Nahrungsergänzungsmittel für euren Hund im Prinzip. Das schaut so aus. Das sind wie gesagt verschiedene Algen. Das heißt, ihr habt alle wichtigen Mineralstoffe und Spurenelemente drin. Zusätzlich sind auch noch Algen drin, die eine spezielle entgiftende Wirkung haben. Das heißt, die Medikamentenreste ausleiten können. Ich habe zum Beispiel meine Amargan-Füllung rausnehmen lassen und habe dann eine von diesen speziellen Eigensorten zur Ausleitung selber benutzt, damit die Schwermetalle ausgeleitet werden. Das haben wir hier auch mit drin. Also wie gesagt, wenn ihr Medikamentenreste in dem Hund habt, Niere und Leber entgiftet werden sollen oder euer Hund hat eine OP oder hat eben auch chronische Erkrankungen, wo ihr permanent Medikamente geben müsst, dann kann man das super unterstützend und ausleitend mit ins Futter reingeben. Aber wie gesagt, auch für die Kleinsten und für die Welpen ist das natürlich ein tolles Aufbaupräparat, damit ihr eben einen super Start ins Leben bekommt. Da gibt man auch nur 5 Gramm auf 10 Kilo Körpergewicht. Also gerade bei den Kleinen kommt man sehr lange hin. Das kann man täglich ruhig geben als Unterstützung mit ins Futter rein. Und dann habt ihr eben einen tollen, gesunden Start, wenn ihr länger was von eurem Hund haben möchtet. Kauft das gerne bei demjenigen, der euch das Video geteilt hat oder eben direkt unter dem Video findet ihr eine Telefonnummer und dann lasst euch dort beraten. Wie gesagt, das sind so kleine Krümelchen, das kann man einfach übers Futter mit drüber mischen oder eben auch direkt ins Mäuchen reingeben, je nachdem wie groß dann euer Hund ist. Und dann habt ihr das Beste eurem Tier, eurem Liebling gegeben, was man tun kann. Bestellt das einfach und lasst euch beraten.